Tanzverbot, meine lieben Freunde. Er wurde gebannt auf Twitch, aber nicht nur auf Twitch, sondern auch auf TikTok. Und das hat er in seinem Tanzverbot-Streaming-Highlights-Kanal kundgetan. Er ist jetzt nämlich, glaube ich, wieder entbannter. Ich weiß nicht, ob nur von Twitch oder auch von der anderen Plattform. Ich wurde einfach gerade auf TikTok gebannt. Ich wurde gerade einfach auf TikTok gebannt, weil ich völlig normal, im völlig normalen Ton gesagt habe, dass ich nicht gender. Ja, ich gender jetzt im Alltag nicht. Dass er nicht gendert. Aber ich respektiere jede Person, die das macht. Alter. Und ihr sollt verstehen. Ich habe das auch auf Twitter gepostet. Mich nervt es. Ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie so ein gender-Hater oder sowas bin. So diese dummen Leute oder sowas. So denke ich nicht. Gender. Ich akzeptiere jeden Menschen, die sollen machen, was sie wollen. In meinem privaten Umfeld, alle meine Freunde, Familie, niemanden interessiert das. So weißt du, deswegen habe ich das nicht. Ja, ja, ist aber bei mir genauso. Also ich gender einfach aufs Prinzip nicht, weil ich es erstens nicht gewohnt bin und ich kenne halt niemanden, der sagt so, yo, bitte gender in meiner Nähe. Macht er das absichtlich? Sagt er das absichtlich so? Ich mache das nicht. Und ich habe das genauso gesagt, ich gender nicht. Ich wurde dafür sieben Tage gebannt. Ich wurde sieben Tage dafür auf TikTok live gebannt, weil ich gesagt habe, ich gender nicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und passt mal auf, was der Banngrund dafür ist. Aber das ist schon eine Frechheit. Alter, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Weil wenn du, es ist eine Sache, nicht zu gendern und eine andere Sache, jemanden aktiv so, weißt du, so wie Orange Morange hat das ja, er streitet das ab, er sagt, das ist ein anderer Kontext und sowas, aber er sagt ja auch, er hat ja zu irgendeiner Person, hat er dann gesagt so, yo, hat er irgendwie Bro genannt oder so, nachdem sie gesagt hat so, yo, ich bin eigentlich eine Frau und dies, das und es ist halt, mir ist ja eigentlich wurscht, was du halt davon hältst, aber es ist halt irgendwie, es kommt rüber wie einfach nur, haha, ich zeige jetzt mit dem Finger auf dich und mache mich so ein bisschen lustig. By the way, ich habe heute eine Werbung auf Instagram von Orange Morange bekommen. Boah, ich habe meinen Augen nicht trauen können, der hat irgendeine Modemarke oder so. Aber das ist angeblich noch nicht meine draußen, warum scheidet der denn an Werbung? Ich habe nur, ich habe wirklich ohne, ohne, dass ich irgendwie wertend oder sowas gesagt habe, dass alle scheiße sind, so habe ich ja nicht geredet, ihr wisst ja, wie ich bin, ich bin ein toleranter Mensch. Gründe für den Verstoß. Sexuelle Ausbeutung und geschlechterbezogene Gewalt. Ich habe gesagt, ich gender nicht. Könnt ihr euch das vorstellen, Alter? Dafür wurde ich auf TikTok gebannt. Bruder, die haben, die haben vierstellig mit mir verdient in der kurzen Zeit bei ihren 70% Share. Wollen die mich verarschen? Jetzt bannen die mich für eine Woche weg und die haben mich auch sofort abgelehnt. Die haben mein Dings einfach abgelehnt. Ich respektiere alle Menschen. Ihr sollt nicht denken, dass ich so ein Intoleranter bin. Das meine... Ganz kurz, was macht Tanzverbot auf TikTok? Einfach Live-Matches oder so? Ich kriege das überhaupt nicht mit. Ich meine das nicht böse, aber es gibt in meinem Umfeld einfach keine Menschen, die da Wert drauf legen. Deswegen, ich rede einfach mit... Ich finde das auch nicht, ich finde das ist auch nicht schlimm, weißt du? Ich rede halt einfach so normal und dann sage ich halt ohne innen. Das mache ich ja nicht, weil ich dich nerve, sondern weil ich auch gar nicht daran denke. Aber ihr müsst mal verstehen, wie weit das schon ging. Ich habe ja keine Hetze betrieben. Ich habe ja einfach nur... Ihr wisst ja, wie ich bin. Ihr wisst, ich bin zwar... Also ich war da nicht mal aufbrausend oder sowas. Ich habe einfach nur gesagt, ich gender nicht. Ich wurde... Zehn Sekunden später wurde ich für eine Woche gebannt. Was? Das ist crazy, Alter. Junge. Und meine... Ja, dann huckt da irgendwer drinnen und schaut ihm auch noch zu und denkt sich so, ja, ich schaue jetzt genau auf die Finger und wenn du irgendwas sagst, dann bann ich dich. Also bei dem Zeitpunkt würde ich dann auch einfach sagen, komm, scheiß auf die Plattform. Also ganz ehrlich, ich habe auch meine Probleme mit YouTube, aber es wird immer wieder resolved. Letztens, ich habe gestern mit meinem YouTube-Partner telefoniert, weil auf dem Kaiser-Live-Kanal lade ich zwei Videos am Tag hoch. Das sind in 90 Tagen 180 Videos, okay? Und die schauen immer, wie viele Videos hast du in den letzten 90 Tagen falsch eingestuft. Es sind drei. Es sind drei, okay? Ich habe eine E-Mail bekommen von meinem Partner-Manager, der kann by the way nichts dafür. Der ist ein netter Dude und so. Und er schreibt mir in der E-Mail, yo, was geht ab, lieber Krüser? Wir haben gesehen, deine Einstufung, die war in letzter Zeit nicht wirklich korrekt und wir glauben langsam, dass wir dir nicht mehr vertrauen können bei der Einstufung deiner Videos und sowas. Bruder, drei Videos von 180. Und das Letzte, worum es geht, das müsste in zwei Tagen wieder vom Tisch sein, weil das ist genau drei Monate her. Also fast genau drei Monate her. Denke ich mal auch, Alter, wenn ich drei von 180 falsch einstufe. Aber halt wenigstens ist YouTube dann nicht so, dass sie wegen sowas, wegen sowas dann sagen, ja, wir bannen dich komplett. Weil das ist halt schon heftig. Mein, 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 Digga, ich bin ganz ehrlich, ihr werdet kein Freund davon sein, aber... Und dann ist Barello und solche Leute, die sind halt durchgehend auf TikTok. Ich weiß nicht, was für eine Schiene, die fahren, außer gar keine. TikTok Live ist ganz schlimm. Ich bin auch, ich wirklich, ich bin ganz, ich bin ganz froh, dass ich jetzt hier einen normalen Chat habe. Ich habe jetzt hier einen schönen Chat, Leute, mit denen man reden kann. TikTok ist schlimm. 95% der Leute, mit denen kannst du da nichts anfangen. Diese Live-Matches, übelster Schmutz, diese Leute, die rein triggern, die komplett darauf scheißen, ob irgendwelche Zuschauer in die Ruinen getrieben werden, davon halte ich überhaupt nichts. Die sollen sich alle f***en gehen. Ich meine, das ist wirklich ernst. Da gibt es so 5% gute Leute, das sage ich auch da im TikTok Live immer. Vielleicht haben die einen Hass auf mich, vielleicht hat TikTok einen Hass auf mich, weil ich sage, mach mal keine Matches. Das ist ja überpeinlich. Kann sein. Weißt du, was ich meine? Das kann ja echt wirklich sein. Ja, dann war ich jetzt hier noch eine Woche gebannt. Ey, ich wurde gebannt, weil ich auf der Toilette gefilmt habe, aber nicht, weil ich jemanden meinen Pinkeln gefilmt habe, sondern die Kamera war die ganze Zeit aus. Ich habe die Kamera wieder angemacht, als ich mir die Hände gewaschen habe und habe das Handy aufs Waschbecken gelegt. Und beim Händewaschen hat man eine Hälfte von einem Kopf gesehen von jemand anderen, der sich auch gerade die Hände wäscht. Dafür wurde ich ursprünglich zwei Wochen gebannt. Das ist, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich euch erzählen soll. Das ist halt einfach nur noch funny. Eigentlich, also wenn du wirklich nicht davon lebst, aber Tanzverbot lebt ja auch, denke ich mal, von Twitch hauptsächlich, dann kannst du halt wirklich auch sagen, so yo, das ist einfach nur noch lustig. Aber in dem Fall, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Auf Twitch. Dafür wurde ich gebannt. Versteht ihr? So, auf diesem Level ist das hier. Auf diesem Level sind wir hier unterwegs. Jetzt weiß ich auch, dass man nicht auf der Toilette filmen kann. Es tut mir auch leid, mache ich auch nie wieder. Ich wusste es aber nicht. Ich hatte keine böse Absicht dabei gehabt. Ich habe nicht daran gedacht. Ja, dafür war ich gebannt auf Twitch. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Derselbe Fehler wie bei Dr. Disrespect. Das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, dass er dafür gebannt wurde schon. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls das mit TikTok, das nervt mich jetzt übel. Ja, also da muss man auch einfach kontextbasiert entscheiden. Also, sei mal nicht böse, aber wenn er einen Kopf von jemandem filmt, dann wäre es angebracht an der Stelle, dass er von Twitch eine E-Mail bekommt, wo drinnen steht, yo, was geht ab? Wir haben den Clip gesehen. Achte bitte darauf, dass du das nicht machst und wenn möglich, keine Ahnung, also, er muss er ja nicht machen, aber es wäre vielleicht eine Überlegung wert, mitzuteilen, dass das vielleicht etwas ist, was man auch an die Leute nach draußen weitertragen sollte, weil alle, die jetzt den Stream gesehen haben und sehen, aha, Tanzi wurde nicht gesperrt, die denken sich dann, hä, warum wurde nicht gesperrt? Das ist auch in den Guidelines so, dies, das. Dann soll er das halt einfach irgendwo kurz erwähnen, so, yo, ich habe von Twitch eine E-Mail bekommen, da steht das und das drinnen, so, war ein Missverständnis. Na, weil so kommt es für mich halt einfach nur rüber wie, yo, ich bin jetzt gerade live auf Twitch. Es könnte jede Sekunde vorbei sein, wegen was auch immer. Und das Ding ist halt, Twitch ist mir egal. Twitch ist mir real egal. Falk rückt hier, dankeschön für den Prime Sub. Das Einzige, was mir nicht egal ist, sind die Leute hier. Also, sei es ihr, so, weißt du, was ich meine? Ich würde, wenn ich jetzt auf Twitch gebannt wäre, dann würde ich wahrscheinlich entweder mir eine dritte Plattform suchen oder im Notfall halt auf YouTube streamen. Äh, aber das mit YouTube streamen, das mache ich generell nicht so, weil dann bin ich einfach komplett abhängig von YouTube. Und das ist halt das Ding. Ja, Seba Habu, du bist mir wichtig. Ist true. Kick, let's go. Na, es gibt ja auch noch andere Plattformen. Ich weiß nicht, was da ist. Es gibt Rumble und keine Ahnung. Es geht mir einfach nur darum, dass ich halt irgendwo bin, was nicht 100% YouTube ist, weil, weißt du, was ich meine, YouTube ist auch eine Plattform, wo es halt so vorbei sein kann. Aber da, also, Twitch, Twitch nochmal lächerlicher und am allerlächerlichsten ist halt einfach TikTok. Also, da kann man jetzt nichts mehr erzählen. Weil man sich da auch irgendwie so ein bisschen was aufgebaut hat, das ist halt geil. Das ist so ein Nebenbei-Ding. Das ist nicht sowas wie Twitch, das man ernst nimmt, sondern da geht man hin und, äh, keine Ahnung, weißt du, das ist halt so, ich hab jetzt viermal auf TikTok gestreamt, hab immer an derselben Stelle an der Raststätte gestanden und es hat halt funktioniert. Und ich hab in der Zeit 50.000 Follower gemacht. Ist halt geil, weißt du, so für nebenbei. Ich würd' das niemals, äh, ich würd' das niemals mit, äh, Twitch vergleichen oder sonst irgendwas. Niemals. Um Gottes Willen, macht euch da keine Gedanken. Aber das ist halt so für nebenbei. Die Leute reinziehen, ist geil. Der Bann war nicht gerechtfertigt. Wie gesagt, da war ja auch kein Hate oder sonst irgendwas drin. Alter, haben wir hier in 22 Minuten 93 Subs rausgehauen, Alter. Was seid ihr für Legenden, der Yoshi. Dankeschön. Junge. Ey, ihr werdet das nicht glauben. Ist der Hammer-Head bei ihm im Stream, oder was? Ich kann euch jetzt eine halbe Stunde über TikTok-Semalien erzählen. Wirklich, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich mein' das ernst. Ich war wieder zwei Wochen inaktiv. Obwohl ich auf TikTok live war, aber da wurde ich jetzt gebannt. Äh, irgendwie, irgendwie will mich jemand nicht haben. Das gibt mir, das ist nicht gut, wenn ich denn dieses Gefühl, Alter Anton, eine Veränderung, was heißt, also, äh, ja, kann schon sein. Ich muss gucken. Je nachdem, wie man mit der Situation umgehen kann, kann das schon zu Veränderungen führen. Also keine Ahnung. Also eher weniger Dinge, die ihr spürt, schon viel mehr eher für mich. Und natürlich muss ich erstmal gucken, wie man denn auch kopftechnisch damit umgeht, mit diesen Umständen. Ich kann's euch erst sagen, wenn das YouTube-Video hochgeladen ist. Das wird halt wirklich eine krasse Sache. Das wird eine krasse Sache. Ja, das Problem ist dann wirklich, dass du so gut wie keine andere Option hast. Also du hast Twitch, du hast YouTube und das war's im Prinzip. Also wenn du auf Kick gehst, dann, also wenn ich jetzt auf Kick gehe, da ist wahrscheinlich so gut wie nichts los. Klar, der ein oder andere Streamer wird gerade aktiv sein und sowas und wird seine Zuschauer haben, aber halt, also Real Talk. Ich hab jetzt, ich hab vor einer halben Stunde den Stream angemacht und hab's auf Instagram gepostet. Wir sind 400 Leute im Stream und das ist halt, das ist, das sind sau viele Menschen und so. Weißt du, was ich meine? Äh, Arjen, danke schön. Ähm, wie viele Subs hast du momentan? Oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich das nachschauen kann. Bruder, das siehst so wenig, ich kenne mich mit Twitch aus. Also Twitch kann mich gerne bannen. Nein, macht das nicht, macht das nicht. Macht das nicht. Krasse Sache. Ja. Wie gesagt, ich war jetzt eine Woche weg, dann hab ich Einspruch eingelegt, aber ich da, ich denke, dass auch mein, äh, dass mein, äh, Netzwerkmanager, mein, also den, ach, nicht mein Netzwerk, wie heißt denn das, Alter? Ich raste aus. Mein Manager. Sagen wir meinen Manager. Der hat sich da ja auch eingesetzt dafür, dass ich wieder entbannt wurde und ich glaub, deswegen wurde ich auch, äh, deswegen wurde ich auch so früh entbannt. Also eigentlich hätte ich für zwei Wochen gebannt werden sollen und, äh, da hatte auch keiner mit sich reden lassen. Das war eine ganz komische Sache. Und das hat mir auch ein ganz anderes Bild auf Twitch gegeben. So, weil ich bin, äh, Realtalk immer der Meinung gewesen, dass, äh, ich eigentlich mit Twitch ganz cool bin. Realtalk. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass Twitch und ich eigentlich so... Also natürlich, ich war hier schon gebannt und ich war hier auch zweieinhalb Jahre gebannt, aber ich dachte eigentlich immer, alle Mitarbeiter immer cool so, ey, Bro, was geht, ey, was geht. Weißt du, was ich meine? Und das hat sich dann irgendwie, keine Ahnung. Das gibt mir halt so ein komisches Gefühl, wenn ich für so eine Sache irgendwie zwei Wochen gebannt werde. Man hat ja nicht mal irgendwie B**** oder sowas gesehen, wo ich das nachvollziehen könnte, wenn ich wirklich in die, in die, in die, in die Intimsphäre einer, äh, einer Person eingegangen wäre. Aber man hat ja nur jemanden gesehen, der sich die Hände wächt. Und um mich darauf hinzuweisen, dass man nicht auf eine Toilette geht, hätte auch einen Tag Bann gereicht. So, du wurdest einen Tag gebannt. Jetzt weißt du aber auch für immer, dass man auf einer Toilette nicht streamt. Weil man ja auch gesehen hat, dass meine Intention hinter dem Toilettenstream ja nicht war, äh, ich wollte provozieren oder ich wollte, unbedingt etwas machen, was regelwidrig ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen war das ein bisschen komisch und das gibt mir jetzt ein, äh, ganz anderes Gefühl, was, ähm, gibt mir ein sehr komisches Gefühl Beziehung, Bezug auf Twitch. Und deswegen... Hände waschen ist Terms of Service, schreibt da einer. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt... Ja, aber das ist halt das Ding, ne? Also unten bei mir im Studio, da sind ja auch mehrere, ah, shout out an meine rosa Socken hier, by the way, da sind auch mehrere, äh, so Büros und sowas und da ist auch so ein, so ein Kollege unten und der feiert das auch richtig so, ähm, dass da famous YouTuber drin sitzen und so, na, weißt du, was ich meine? Äh, und sie dann wieder quatschen wie so und der hat, äh, mich letztens so gefragt, so, ja, was ist eigentlich, wenn, wenn, wenn YouTube nicht mehr läuft oder, oder wenn es halt einfach, wenn du gebannt willst oder sowas oder wenn du gehackt willst, keine Ahnung, kann ja alles passieren. Oh, also hacken wäre das Blödeste, weil da kannst du sowieso nicht viel machen, äh, bei einem Bann kannst du, ja, es ist alles schwierig, aber halt, wenn ich grad, also wenn ich wirklich gar nicht mehr auf YouTube so unterwegs wäre und auch nicht die Möglichkeit dazu hätte, dann würde ich die meiste Zeit wahrscheinlich auf Twitch stecken, weil das Einzige, was ich jetzt mach aktiv auf Twitch sind Reactions, äh, Reactions und, äh, ich würde aber gern mehr zocken und ich würde gern mehr dies machen, mehr das machen und einfach ein bisschen mehr chillen so auf Twitch, aber ich hab einfach nicht die Zeit dafür, aber ich weiß, ich sag das viel zu oft, ich hab, ich hab, ich hab sehr, sehr, sehr wenig Zeit und, ähm, deswegen sag ich auch momentan öfter mal irgendwelche Sachen ab, die ich eigentlich gerne machen würde, Nero hat mich zum Beispiel gestern gefragt nach dem Gastpart und ich hab gesagt, ich würd gern, aber ich kann nicht, äh, und das siehst aber auch, wie schnell es dann auch einfach vorbei sein kann, weil, klar, jetzt ist es eine Woche, aber was ist, wenn die dann auf die Idee kommen, dann machst du, dann hast du wieder irgendwas aus Terms of Services und dann sagen sie, naja, weißt du was, eigentlich haben wir nicht so Bock auf dich, jetzt hast du letzte, äh, letzte, letzten Monat hast du eh schon eine Woche Sperre kassiert, ja, einen Monat weg. Ja, was machst du, Alter? Geh mal einen Monat lang nicht mehr arbeiten oder so, auf YouTube wäre noch viel schlimmer, weil auf YouTube hast du halt den Algorithmus und sowas. Bruder, wenn ich einen, wenn ich eine Woche lang nicht hochladen könnte, ich würd mir die Finger rein komplett abbeißen, weil ich muss, ich muss. Jetzt die nächsten Tage ein Realtalk-Video auf YouTube hochladen, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ähm, schwierig. Abzukick, nein, also das, um Gottes Willen, das hat ja, Monta hat ja gleich runtergeschrieben, abzukick und ich so, ey, Digga, lass mich mit dieser Plattform in Ruhe. Selbst wenn die mir eine Million Euro geben würden, dann hab ich, äh, dann hab ich Geld, das ist geil, eine Million Euro, damit kann ich mein Haus kaufen und alles. Darum geht's nicht, es geht aber darum, dass das, was ich mir acht Jahre lang aufgebaut habe, euch und diese Zuschauerschaft, die kommt ja nicht rüber auf so eine Müllplattform. Das ist eine absolute Müllplattform, die gibt dir vielleicht Geld, finanziell musst du dir vielleicht keine Gedanken machen, aber das ist eine, das ist eine abgef***te Müllplattform. Boah, eine Million Euro ist jetzt schon heftig, ne? Vor allem, es gibt ja auch solche Deals mit, ich weiß nicht, was genau der Deal mit Exklusiv war, aber der ist ja nicht mal exklusiv dort. Exklusiv ist nicht mehr exklusiv dort. Imagine, du kriegst so eine Million von Kick, wenn du nicht exklusiv dort, äh, dort streamst und dann streamst du eigentlich die meiste Zeit so auf Twitch und kannst dir so, ja gut, Tanzverbot, eine Million Euro ist eh komplett hier in Rissi, das wird nicht ganz funktionieren, aber. Wo die Hälfte Bots, wo die Hälfte Bots sind. Aber es ist, ReTalk, und ich sag's euch, wie es ist, es ist aktuell, abgesehen von Twitch, die größte Livestreaming-Plattform, soweit ich weiß. Da gibt's nur noch Rumble oder so. Und halt, ja, okay, du kannst auf TikTok und sowas halt auch Livestreamen, aber das ist halt nicht das Gleiche wie so hier diese Art von Livestream, wisst ihr was ich meine? So, und deswegen seh ich's ein, dass so viele Leute von Twitch abspringen, weil Twitch halt auch einfach ne blöde Plattform ist. Und die andere Hälfte sind irgendwelche Leute, die Casinos schauen und eh einen komischen, einen komischen Verfassungszustand zu nehmen. Ja, wie gesagt, ich wechsle, ich würd nicht auf Kick wechseln, weil halt, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Was ich meine, Alexa, alle Lichter aus. Ähm, tut mir leid für alle, die jetzt gerade auch eine, äh, Alexa haben. Alexa, stopp. Es geht mir auch nicht um den Hate. Ja, ich wurde acht Jahre lang meines Lebens, wurde ich gehatet. Damals in der Schule, Anfang YouTube-Seiten, 50.000 Likes, 10.000, äh, 50.000 Dislikes, 1.000 Likes, so. Ich kenn das. Es geht mir einfach nur darum, dass ich ja, das ist ja, also es hört sich komisch an, aber es ist ja mein Lebenswerk. Ich bin ja überall irgendwie vertreten. Weißt du? Ich bin ja überall mit meinem Namen vertreten und will präsent sein und ich will, dass man mich kennt. Und, äh, ich will gesehen werden, so. Das ist ja das höchste Gut, was ich habe, so. Man will ja gesehen werden. Gut, ich tu nicht wirklich viel dafür, weil ich oft inaktiv bin und ne, und viele krasse Dinge, die mich übelst pushen würden, ablehne. So, das ist eine andere Sache, aber das bin einfach ich, weiß, was ich meine. Aber was bringt es mir denn, nach all dieser Zeit, was ich mir aufgebaut hab, dann auf eine scheiß Plattform zu gehen, die keinen Flow hat, wo nur komische, überkomische Leute sind. Wo nur irgendwelche Leute sind, die auf Twitch gebannt wurden und dann dir jetzt sagen, ey, Kick viel besser, Alter, guck mal hier, boah, ey, ich bin jetzt Kick-Partner, crazy. Ja, wie gesagt, also, Kick ist das nächstbeste, was du vielleicht so bekommen kannst, einfach nur von den Statistiken her, so zu Twitch, weil halt, legit, es gibt nicht viel mehr, aber, ja, wobei, oh ja, du könntest es auf YouTube streamen und so. Ja, es ist trotzdem, also, ich verstehe den Frust, vor allem bei so einem Bann, der so unnötig ist. Wenn es wirklich, das ist, wie wenn es in FIFA das ganze Match gut spielst und dann kriegst du ein Eierdor. Aber dann denkst du auch, hörst, kann es nicht wenigstens schöner rausgespielt gewesen sein? Bitter, 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 bitter.